ladies and gentlemen hallo und herzlich willkommen zu let's play battlefield 4 beta morgens 10 uhr in deutschland wir sitzen zu viert vor dem rechner und zocken die battlefield 4 beta mit dabei, Jay, Brammer und Christian wir spielen domination of siege of shanghai das glaube ich die einzige karte ist die zur verfügung steht ok ich habe gerade was mega geiles gesehen und zwar hat mich licht geblendet ich habe so ausgeschossen ich liebe dieses spiel ah fuck ich habe so eine einzelschusswaffe ich spiele in assault so wir sehen jetzt sofort wir gucken uns sofort erstmal die menüs an ok das ist die mapübersicht man kann überall bei den deploy punkten und in dem man da doppelklick drauf macht ja ohne scheiß die wollen noch gameplay sehen nein die leute wollen sowas auch sein halt in die fresse ja jetzt doch nicht ach halt dein maul und dann setzen wir hier die waffen anguckeln und dann kann ich nicht auf die sky umschalten weißt jetzt hat er uns wahrscheinlich gemutet oder so und jetzt kann ich hier doppelklick drauf machen genauer gucken wir das dann und schon später nochmal ein aber jetzt habt ihr schon mal einen ungefähren überblick boah ich habe so behinderte team alternativ könntet ihr natürlich erst mal einen neuen treiber installieren nee könnt ihr nicht weil das bei mir hart ruckelt oh bitte ist schuld ich bin jetzt schuld genau der ist dein treiber bei mir ist der treiber aber gut junge und hier ist der treiber scheiße wahrscheinlich funktioniert der treiber auch nur bei den leuten bei denen es vorher nicht funktioniert ich habe das gefühl ich weiß nicht ich glaube ich drehe am rad das ist nur ein gefühl aber ich hatte bei battlefield 3 immer so ein bisschen auf mich wird geschossen ich springe noch um die ecke und sterbe trotzdem noch ich habe das gefühl dass das hier irgendwie nicht mehr so ist ja ich steppe direkt und ich habe das gefühl ja genau man ich habe das gefühl dass ich scheiße schieß gerade also battlefield 4 beta ist aktuell noch klaus die steht jedem zur verfügung der battlefield 3 premium besitzt der battlefield 4 vorgestellt hat oder der dieses geile spiel letztes jahr gekauft hat namens ich habe den namen von dem spiel sogar wieder vergessen für die leute die performance probleme haben bei ihrer battlefield 4 beta den empfehle ich bei mir als geholfen den würde ich auf keinen fall den treiber installieren wie der beta treiber der ist geil auf gar keinen christ findet er nicht so geil christian druck gilt nur weil du streamst ich sage dir das hat nichts mit dem treiber zu zwei treiber zu tun weil die hatte bisher noch kein try brush ja dann mache ich dann ich den stammach mit dem stream naja christian geht jetzt wieder offline wir wollten gleichzeitig noch streamen jetzt bin ich offline jetzt bin ich mal gespannt dann soll ich den jenner wieder nach und gucke ich mal das ist hier übrigens infanterie ohne das ist ja damals dann ist peter schluss fuck you fuck you fuck you boah ne der wasser kam ich gar nicht klar Bram streamt jetzt hau rein Bram ja gib mir doch mal ne sekunde also den titel und so weiter musst du ja nicht mehr umstellen ja ich bin aber zumindest weißt du was ich mach nochmal werbung ach geht nur alle 8 minuten alter was ist das denn für eine overpowered waffe die man direkt als support hat mit dem granatwerfer alter scheiß die wand anjunge das ist doch voll geil oder ja aua ok ja jetzt sollte man sagen ob wir gerade online sind ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht hallöchen falls wir gerade online sind ich hab echt gar nicht nee bei mir ist gerade offline aber das ist ja immer mit verzögerung ja du bist doch verzögert dann machen wir den mal weg ich bin peters treiber auch wieder ey das kann doch nicht sein dass der die ganze zeit nicht mit mir ist das nervt ja und ich bin zu den auch mal weg jetzt stein ja gut bin ich übrigens auch das ärgert mich auch noch mal dass ich sie alle nicht treffe mit meiner ja ganz genau nur mit einer live äh bei mir passiert zumindest rechtswart das sieht gerade glaube ich nur schwarz ja ja alles klar jungs hört sie mich gerade hör alter ich bin so unfählich mit der tube das hat noch nicht groß was ist das was ist das was ist das Ammunition endlich meinen ersten tube kille meine fresse machen wir mal recken mal gucken mit der ich finde wir sollten wir sollten mal gucken dass wir das gebäude da sprengen ich glaube das gebäude geht auf der map glaube ich ehrlich gesagt nicht warum zumindest nicht ja genau auf domination mit 32 man geht das glaube ich nicht achso das kann sein ja hier kannst du auch nicht um auf dem gebäude spawnen fragt du nicht jetzt ruckelt das nicht mehr ne geile sauber nicht ja hast recht achso ja guck sag ich ja aber battlefield 3 konnte ich auch nicht probleme stream so hier dashboard guck mal rein kurz warum das nicht läuft da ist so ein fucking ach Hurenkind auf dem dach ne auf dem dach ne auf dem dach ne naja nicht auf dem dach aua 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 boah wieder gesucht das ist doch ein witz ist das eine granate ach lol ok das läuft noch nicht weißt du jetzt hab ich den tipp weggeklickt mit der comrose sag mal war das auch schon beim dritten teil das der scharfschütze die c4s hat ne da hatte der die ne ne ist das ein arzt so ne ey da oben auf dem dach ist einer oben auf dem dach oh ich frag mich nicht warum wir noch keinen sound haben ja ach schießt das so gut ja das ist schon mal schön ne so was haben wir noch ne pistole natürlich ok das war das das war jetzt die ausrüstung vom racken leute hihihi 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 ich wollte einmal alle klassen zeigen im ersten video kippt ich hab schon zwei sniper kits gemacht das ist mehr als in battlefield 3 immer hinter uns hinter uns ja was dann ich will den defi jetzt endlich freischalten das nervt mich jetzt geh ich wieder auf assault und diese tuberei hat man hier auch einen tube mit assault oh man hat mit assault auch mit dem mit der assault ich treff nur nie ja geh mal support die tube ist auch besser ach so ja aber die machen mich trotzdem mit der gleiten mit dieser m320 he scheiße kaputt uiuiuiuiuiuiuiuiuiui ja wieso hat man als assault denn so ne einzelwaffe oder kann man das umstellen so ne einzelwaffe so ne einzel schusswaffe das kann man umstellen das hast du irgendwas gedrückt ja stimmt auf V auf V geht das auf V Du siehst unten die Zeichen. Was ist denn? Tee? Ach, da kannst du das machen. Du hast nur schwarzes Bild. Ich krieg kein Pappbild. Also ich find die Map irgendwie ein bisschen klein. Du wirst hier jedes Mal aus allen Richtungen getötet. Da muss ich bitte meinen Arsch retten. Danke. Da hinten sind sie. Wir kommen von hinten rechts von dir. Gibt es da mit dem Screen Reaching oder was? Oder mit Adgame? Neh, mit Fullscreen-Kram. Also nicht mit Screen Reaching. Da hab ich denn gar kein Bild. Du hast das schon als Game geedit, ne? Bei X-Split. Man fragt ja selbst die unwahrscheinlichsten Genesigkeit selber. Ich hab nur das Spiel geedit. Weil mir grad scheißegal war. Reinfolge ist ne gute Sache ohne Scheiß. Hast du vielleicht noch ein Häkchen bei einem anderen Game davor, was nicht an ist gerade? Da unten bei Scene Sources hab ich den Pappel hier drin. Achso ne, dann kann das gar nicht sein. Hast du nur das Spiel zeigen, Leute? Hast du nur das Spiel zeigen, Leute? Ja, der Squad ist jetzt aber nicht mehr vorhanden. Ich hab nur kein Bild. Ja, wir kennen die Probleme, das ist halt auch zu weinen. Ey, woher hast du das Bild? Das ist ja Beta. Ja genau, unser Let's Play, unser Stream ist auch Beta. Links, links. Das ist der Battlefield 4 Beta, Beta-Stream. Die Tuben von oben, von den Lächern runter. Ach, da oben, die kleinen Huren! Wie kommt man denn hier hoch? Oh mein Gott. Ich glaub, wir haben verloren. War hart auf den Sack bekommen. Haha, scheiße. Domination ist das also. Das war Domination, ja. Dann schauen wir uns jetzt nochmal an, wie das aussieht, wenn man die Erfahrungspunkte bekommt. Ähnelt dem von Battlefield 3 schon. Na gut, Jungs, wir gehen nochmal kurz offline. Wir probieren dazu gleich nochmal, oder? Defibrillator, juhu. Wir probieren gleich nochmal, oder auch nicht? Sniper Rifle, Light Machine. Ich hab alles gelevelt. Was soll ich denn machen? Alles gelevelt. Muzzle Break. Sollte Rifle. Also Peter lädt jetzt hoch, oder was? Die erste Folge? Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.